Das ist geschehen YouTube, herzlich willkommen zu den neuen Smite News. Heute haben wir mal wieder was ganz tolles, denn es werden neue Skins kommen, neue Items für Season 3 und ein paar Götter bekommen. Reicht der mich mal richtig aus? So, gut, wir fangen an. Die neuen Smite News, es wird ein japanischer Gott kommen. Nicht dieses Jahr mehr, aber nächstes Jahr. Und das wird zu... 90%, 80% ein Samurai. Wir haben die Icons schon. Das ist von seiner ersten Ability. Zweite Ability, dritte Ability. Ich höre schon gut, Joshan. Irgendein Dash. Der wird gerade noch als Gott 72 geführt. Also das wird auf jeden Fall ein japanischer Gott und definitiv ein Samurai. Wir haben ja auch schon in den meisten Sachen auf Facebook, habe ich ja auch schon Bilder gepostet, wo die ja den Torskin angekündigt haben. Und da war so ein kleines Pricknick drin. Das könnte natürlich jetzt dieser Gott sein, dass das ein Samurai ist mit einem Schwert. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das werden wir alles noch sehen. Das dauert ja sowieso nicht mehr so lange. Gott 72. Die Monate verfahren ja sehr schnell und im nächsten Jahr wird es dann auf jeden Fall schon was Neues geben. So, dann gibt es neue Skins. Im nächsten Patch kommt erstmal die gute alte Aphrodite. Die bekommt einen neuen Skin. Dann bekommt Sir Kid ihre zwei Skins. Also nur mit einer veränderten Farbe und ein bisschen die Haare anders. Das wird so ein Pack sein. Das wird im nächsten Patch am 1. Dezember mit dabei sein. Und dann wird Mercury noch einen Skin bekommen. Einen Martial Arts Skin. Er ist einer, der mit Fäusten zuschlägt. Ohne Tritte. Bekommt aber ein Bruce Lee Outfit mit Martial Arts Skin. Wann dieser Skin kommt, weiß ich nicht. Was war das Tolle an den News? Ich weiß, dass so eine geilen Skins kommt. Nur wann genau sie kommen, weiß ich nicht. Aber ihr wisst es. Und ihr wisst, dass der kommt. Und ich finde, er sieht auch ganz geil aus eigentlich so. Für Mercury. Dass er so ein bisschen einen auf Chiky Chan macht und so. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir werden sehen, wann das alles kommt und wann nicht. Weiter und so fort. Dann wird es in der Season 3. Dazu habe ich leider keine Bilder. In Season 3 wird es auf jeden Fall definitiv viele neue Items geben. Und auch Änderungen an Items. Da kommt auf jeden Fall jede, jede, jede Menge darauf auf euch zu. Äh, da könnt ihr schon mal extrem, extrem gespannt drauf sein. Und Ravana und Nezha kriegen einen Rework. Also bei Ravana weiß ich auf jeden Fall, dass die ganzen Skills nochmal überarbeitet werden und die Ulti auch. Weil der Typ nicht gepickt wird. Ich glaube, das ist der schlechteste Gott, den Hi-Rez jemals gemacht hat. Ravana wird auf jeden Fall gereworked und Nezha bekommt auch einen Rework. Ich weiß nicht, ob jede Ability dran ist oder auch, ob das Aussehen mit geändert wird. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie einen Rework bekommt und dass da einige Abilities geändert werden sollen. Ein oder zwei, glaube ich, oder so. Und, äh, da werden wir auf jeden Fall sehen. Season 3, nächstes Jahr fängt es an. Ähm, mit den neuen Items werden wir sehen, was kommt. Neue Skins habt ihr jetzt gesehen und auch, was habe ich da gezeigt? Genau, den neuen japanischen Gott. Und wir werden sehen, was die Zukunft noch so bringt. Ich sag danke fürs Zusehen. Falls euch das gefallen hat, guckt auch mal bei der Facebook-Gruppe rein. Ich poste da auf jeden Fall immer so neue Sachen, die meistens nicht im Video-Format in News enthalten sind. Das heißt, wenn ihr da rein wollt, meldet euch einfach an. Und in der Videobeschreibung ist dazu ein Link. Und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt zu Smile-Tutorials, Tipps und Tricks, alles mögliche, guckt einfach unten auch nochmal in die Videobeschreibung. Oder geht auf meinem Kanal, da könnt ihr euch das alles ansehen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.